Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Dora Held trifft. Dieses Mal wieder auch als Videopodcast, als Audio, wie immer. Das Video ist zu sehen bei dtv.de und bei YouTube. Ich freue mich heute sehr, dass ich eine Frau hier habe, die ich schon lange einladen wollte. Also schon in der vierten Staffel waren wir an ihr dran und sie war einfach voll mit ihren Terminen und in der ganzen Republik unterwegs, weil sie eines der meistdiskutierten Bücher des letzten Jahres geschrieben hat. Die Möglichkeit von Glück. Ich freue mich, Anne Rabe, dass du jetzt mal zwischen 85.000 Terminen diesen Tag frei hattest, um hierher zu kommen. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Du hast, habe ich schon gesagt, eines der meistdiskutierten Bücher geschrieben über das Vergleich Reden, die Möglichkeit von Glück. Du hast Germanistik, Theaterwissenschaften und szenisches Schreiben in Berlin studiert, schreibst viel fürs Theater, übersetzt auch Theaterstücke, schreibst Drehbücher, schreibst Essays für verschiedene Zeitungen. Du bist als Speakerin unterwegs im politischen Kontext, vor allen Dingen jetzt gerade, was auch mit deinem Buch zu tun hat. Wo kommst du jetzt gerade her? Was hast du jetzt gerade gemacht? Oder wo musst du jetzt gleich hin? Gestern war ich tatsächlich in Brandenburg, in einem ganz kleinen Ort. Oh Gott, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber in einer kleinen Dorfkirche und ganz schön so mit Menschenwort. Auch ein Ort, wo beim letzten Mal 40 Prozent AfD gewählt haben. Und morgen fahre ich nach Dresden und treffe mich mit Michelle Friedmann zum Beispiel in der Frauenkirche. Also dazwischen sozusagen changiert das zwischen 40, 50 Leuten in einer kleinen Dorfkirche und den großen Orten. Den 500 Leuten mit Michelle Friedmann. Das Buch, was du geschrieben hast, wir fangen gleich mal damit an und dann kommen wir nachher zu etwas leichteren Themen, hat mich, sonst hätte ich dich auch niemals eingeladen natürlich, wirklich begeistert und beeindruckt. Das ist eine Familiengeschichte und du hast versucht und es ist dir auch gelungen, den Zusammenhang zu machen zwischen Familie und Gesellschaft. Das ist eigentlich so der Bogen der ganzen Geschichte. Es geht um Stine, die so alt ist wie du, wie die Erzählerin in dem Fall. Sie ist in Wismar geboren, sie hat als Kleinkind die Wende erlebt und ist dann in der Nachwendezeit in einer Familie groß geworden und reflektiert jetzt später als erwachsene Frau mit bereits eigenen Kindern über diese Zeit. Es ist ein Buch, in dem es um Gewalt geht, in dem es um politische Systeme geht, in dem es vor allen Dingen ums Schweigen geht, um Familiendinge, die man nicht bespricht. Und es war natürlich so, es ist dein Debüt gewesen, dein erster Roman. Es ist auch als Roman herausgekommen, weil du ein bisschen fiktionalisiert hast natürlich. Und jetzt sage ich ein bisschen, weil es ging natürlich sofort darum, was ist da jetzt autobiografisch und was nicht. Wie viele Magenschmerzen waren dabei oder was brauchte es zu der Entscheidung, dieses Buch zu schreiben, was ja an deine Familiengeschichte doch angelehnt ist? Naja, ich glaube, das war eine Entscheidung, sich vielleicht in eigenen Dämonen und Ängsten zu stellen und die Frage dann, wie findet man dafür eine Form? Denn ich kann das schon verstehen, dass man daran Interesse hat, jetzt so voyeuristisch erkennt man ja auch. Man liest irgendwie Autoren, Biografien und versucht dann so Parallelen zum Werk zu finden. Das ist aber eigentlich für das Leseerlebnis gar nicht so wichtig. Tatsächlich war es mir aber wichtig, eine andere Welt zu beschreiben, die vielleicht viele kennen. Also die Welt der Großstädte, Berlin vor allen Dingen, sondern ich wollte in die Provinz gehen. Und das ist natürlich eine Welt, die mir sehr vertraut ist und wo man dann vielleicht auch tatsächlich es manchmal leichter hat, auch emotional oder auch schriftstellerisch daran anzuknüpfen. Es ist ja insofern fiktionalisiert und auch so geschickt gemacht, dass Stine eben als erwachsene Frau, in dem Buch ist es so, dass ihr Bruder auch sagt, schreibt es auch für ihr jüngerer Bruder Tim, dass sie einen Roman schreibt auf der alten Schreibmaschine der alten Adler ihres Großvaters und das ist immer kursiv abgesetzt, der Roman, den sie schreibt. Und sie hat aber nebenbei, parallel erzählst du die Recherche, die Stine da macht. Also mit den Leuten, mit denen sie spricht, sie geht zurück in den Heimatort nach Wismar und versucht Freunde zu finden und Gleichgesinne zu finden, die eben sagen, wie war es bei ihnen. Diese Gewaltgeschichte ist ein großes Thema und deswegen ist das Buch, glaube ich, auch sehr umstritten gewesen und nicht immer noch gewesen. Es ist immer noch umstritten, es war umstritten, es war viel diskutiert und kritisiert. Es gibt ein Zitat von dir, da hast du mal gesagt, im Osten gibt es eine vererbte Brutalität und dafür bist du ja, glaube ich, wirklich sehr geprügelt worden. Ja. Davon abgesehen, also bevor wir da in die Geschichte gehen oder so, ich fand, es war unglaublich gut geschrieben, dieses Buch. Und es macht einem, es macht es dem Leser sehr, sehr leicht, es zu lesen, obwohl es eine sehr harte Geschichte ist, die einen auch wirklich beeindruckt und bei der man auch manchmal denkt, oh, das will ich überhaupt wissen und das ist mir ein bisschen viel oder so. Weil du das geschafft hast, trotz dieser Härte eine Leichtigkeit reinzubringen, dass es einfach unglaublich spannend und lesbar ist oder so. Also das Buch war dann irgendwann fertig, dann immer die Frage, wie kamst du an den Verlag? Der Verlag kam vorher zu mir. Also nachdem ich so Essays geschrieben hatte, hatte sich der Verlag an mich gewendet, ob ich nicht mal was Längeres versuchen will. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das zu machen. Das war natürlich schon länger in meinem Kopf. Aber, ja, ich hatte auch schon mal ein anderes Buch geschrieben, das nicht veröffentlicht wurde, wo ich es andersrum gemacht habe, sozusagen, ja. Also insofern, das war das große Glück und auch, dass der Verlag so offen war, auch für diese etwas andere Form. Also man hat mir da wenig reingeredet, das fand ich wirklich toll. Ich habe das Buch von Anfang, also viele denken immer, weil das ja so zerstückelt ist, das habe ich so, dass ich die Teile einzeln geschrieben habe und die dann zerstückelt und zusammengesetzt. So war es nicht. Ich habe das von Anfang bis Ende so durchgeschrieben und dementsprechend kam das dann auch immer so zum Verlag, stückweise. Und das fand ich schon auch toll, dass die mir da vertraut haben, zu sagen, okay, man sieht jetzt hier noch gar nicht, wo es lang geht, wo es hingeht. Aber wir vertrauen dir mal und schreib mal weiter. Und dann war es fertig, Klett Kotter ist der Verlag, ich habe es noch nicht genannt, Klett Kotter in Stuttgart, dann war es fertig und du hast ja irgendwann mal eine Premiere gehabt. Oder andersrum, wer war denn der Erstleser eigentlich, vom Verlag abgesehen, von der Lektorin und dem Verleger? Also tatsächlich war eine der Erstleserinnen meine beste Freundin, Alina Schröder, der ich zwischendurch, also als ich noch gar nicht ganz fertig war, mal geschrieben habe. Ich weiß gar nicht, ist das Literatur? Genau, kannst du das mal? Und sie hat mir nur so eine empörte Nachricht geschrieben, sag mal, spinnst du? Und dann tatsächlich, ja, mein Bruder zum Beispiel. Und wie hat er reagiert? Der fand das, also der hatte auch zwischendurch mal gelesen, hatten wir auch mal Konflikte oder so. Und dann fand er es richtig gut. Das hat ihm ja gut gefallen und tatsächlich auch viele Leute natürlich, mit denen ich Interviews geführt habe für das Buch, die haben es auch sehr früh bekommen. Du bist ja Bühnen erfahren, du kommst vom Theater, du bist, wie gesagt, als Speakerin unterwegs, du bist es auch gewöhnt, vor Leuten zu sprechen. Und trotzdem ist ja was ganz anderes, wenn man dann, du hast auch eine Band, schöne Frauen, super Bandname, finde ich. Dafür schreibst du die Texte. Also wie gesagt, du bist Bühnen erfahren, du hast auch, glaube ich, kein Problem mit anderen Leuten. Es ist ja trotzdem eine andere Geschichte, wenn man mit so einer Geschichte in dieser Härte, die ich vorher selten so gut gelesen habe, so auf den Punkt gebracht, und aber auch mit diesem doch autobiografischen Anteil, wenn man dann das erste Mal auf eine Bühne geht und daraus liest. Ich muss gestehen, beim ersten Mal habe ich tatsächlich in einem Kapitel, gerade wo es auch um eine gewalttätige Szene geht, habe ich abgebrochen. Da habe ich dann so drüber wegmoderiert. Das kann ich dann eben auch tatsächlich so relativ charmant und einen Witz gemacht. Das wird ja auch in dem Buch beschrieben, dass man häufig bei, wenn man über schwierige Dinge spricht, so drüber lacht oder so drüber hinweg geht. Das ist mir da passiert. Das war auch, ja, am Anfang war das schwierig. Mittlerweile habe ich da so eine Technik, dass ich so merke, dass ich mich da so ein bisschen wie so rausbeame. Und da so, ich liefere das ab und so. Wie so eine Rolle. Genau, es ist eine Rolle. Ich spreche auch mit den Menschen darüber, die erzählen mir auch oft ihre Geschichten dann. Aber ich kann das so abrufen. Es gibt aber auch Teile aus dem Buch, die ich ganz, ganz selten lese. Hast du die Frage, liest du immer dieselben Stellen oder hinderst du das? Fast immer. So lese ich inzwischen dieselben Stellen. Am Anfang habe ich oft gewechselt. Je nach Tagesform auch so, was ich mir zugetraut habe. Mittlerweile habe ich immer so ein Programm, das ich immer abrufen kann. Das ist so ein bisschen manchmal auch nach den Orten, weil es kommen ja auch mehrere Orte vor. Die werden nicht klar benannt, aber nach den Orten, wo ich lese, ein bisschen aussuche, weil ich dann weiß, ah, das ist eine Geschichte, die passt hier in die Landschaft. Und dann können wir auch anders ins Gespräch kommen. Aber es gibt zum Beispiel, ist mir irgendwann aufgefallen, tatsächlich, es gab eine, ich habe eine Veranstaltung zum Frauentag gemacht in Potsdam. Und da war dann die Frage, ja, können wir mal die Frauengeschichten hauptsächlich lesen? Die wussten ja, die waren ja alle noch nicht auf einer Lesung. Da ist mir aufgefallen, ach, das mache ich eigentlich fast nie. Dass ich fast nie die Geschichten der Frauen lese, obwohl das ja ein Buch aus der Perspektive einer Frau ist und auch viele Frauengeschichten daran vorkommt. Darüber habe ich viel nachgedacht. Und als ich da dann das las und das gemacht habe, wusste ich, ah ja, ich weiß auch warum. Weil mir das doch sehr nahe geht. Und ja, dass das vielleicht etwas ist, auch gerade diese Männergeschichten, das ist auch tatsächlich allgemein in der, auch in der Geschichtswissenschaft so sozusagen, dass die Geschichten von Männern viel besser dokumentiert sind. Weil sie natürlich die wichtigeren Berufe haben und auch sich selber wichtiger nehmen, häufiger Tagebuch schreiben und so weiter. Und dementsprechend ist natürlich, kann man da so ein bisschen so, da geht man dann so auf diese Faktenebene und das kann man gut vorlesen, da kann man sagen, zack, 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 zack. Und das geht mir nicht so nah wie die Geschichten der Frauen, die eben überhaupt auch mal diese Erzählerin erst mal wie finden und erfinden muss. Das berührt mich anders. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es geht ja, ich will gar nicht so viel über das Buch erzählen, weil wenn man es noch nicht gelesen hatte, sollte man das tun. Es war auch mit absolutem Recht auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises im letzten Jahr. Du hast ihn ja nicht bekommen, leider. Aber Gönnwismar, Tonio Schachinger, auch ein netter Mensch und so schön wie eine Rösch. Und er war auch schon hier. Aber du standst auf der Shortlist, was ja auch nicht so einfach ist. Also von wegen ist das Literatur die Frage an Frau Schröder hat sich dann somit irgendwie auch schon mal erübrigt. Die Geschichte wird ja so ein bisschen so erzählt, von wegen der Männerrollen. Es geht ja um den Großvater, den Stine Paul, den Stine immer sehr geliebt hat, der auch gut zu ihr war. Und es ist ja, ich greife ein bisschen was raus, unter anderem fängt es ja an damit, dass er gegen die Einstufung, dass er staatstragend war, klagt als Lehrer, weil er dann weniger Rente bekommen hat. Und sie ist ja, das geht mir genauso, also man hat als Kind oder als Jugendliche, wenn man einen Großvater oder die Großeltern eben liebt oder nicht oder oft da ist, das sind ja Großeltern. Und der Moment, dass man überlegt, dass die ja auch Erwachsene ganz normale Menschen sind und nicht nur alte Großeltern, da braucht man ja selber erstmal ein gewisses Lebensalter dafür. Das macht Stine und sie fängt also an, über diesen Großvater zu forschen und zu recherchieren und zu fragen. Und deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen diese Männergeschichte, die sich da durchzieht als roter Faden. Und die anderen Sachen kommen ja daneben bei. Du bist kurz vor der Wende geboren, du hast die Wende als Kleinstkind erlebt, bist in seiner Nachwendezeit groß geworden. Es gab im letzten Jahr eine ganze Menge Autorinnen und Autoren, die aus deiner Generation kommen und aus dieser Zeit schreiben, also die DDR im Rückblick reflektieren. Warum glaubst du, war das im letzten Jahr so ein Trend oder empfinde ich das nur so? Ich fand, es war sehr viel, diese Bewältigung, Familienbewältigung. Ja, vor allen Dingen viele Männer haben geschrieben so. Und ich glaube, ein Stück weit ist es so, dass es jetzt so an der Zeit war. Man braucht eben auch eine ganze Weile, bis man so selber sich in seinem Leben etabliert hat, bis man sich vielleicht die Dinge mal angucken kann. Und es lag offenbar auch in der Luft, denn das wurde ja auch nicht nur viel geschrieben, es wurde ja auch viel gelesen, es wurde viel diskutiert. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gerechnet. Und das war auch, ich erzähle das manchmal, dass das Buch sollte eigentlich ein halbes Jahr vorher rauskommen. Und dann habe ich ihm gedacht, ja, ich brauche noch ein bisschen. Und dann hieß es vom Verlag, ja, ist ja egal, steht ja auch gar nichts an, kein Jahrestag, nichts. Es ist Wumpe so. Und dann war es doch überraschend, dass plötzlich nochmal diese Debatte auch so aufploppte. Und das zeigt am Ende natürlich schon, dass das in der Luft lag und dass viele Menschen das Bedürfnis haben, darüber zu lesen und sich darüber auszutauschen. Und ich erlebe das auch auf den Lesungen, dass gerade so Leute, die so alt sind wie ich, dass die ganz viel kommen und sagen, dass sie wieder aufgewartet haben, dass das mal besprochen wird. Was glaubst du, woran das liegt, dass man jetzt selber, du hast ja auch zwei Kinder, das also liegt es daran, dass man selber einfach jetzt, wenn man selber Mutter oder Vater wird, auch nochmal rückblickt, dass die Eltern alt werden? Ich glaube, das ist es schon ein bisschen, dass man sich natürlich immer, wenn man selbst Mutter ist, immer fragt, was bin ich denn für eine Mutter und was war ich denn für ein Kind, wie will ich denn sein? Ich glaube aber auch so ähnlich wie das bei mir auch war, auch die politischen Verhältnisse. Also, dass man sich doch immer wieder fragt, ja warum sind wir denn so? Warum ist denn unsere Generation auch so affin für autoritäre Strömung? Also gerade 2019 waren das vor allen Dingen Leute, die so alt waren wie ich, die hauptsächlich die AfD gewählt haben. Und obwohl man in so einem freien Land aufgewachsen ist und alle Möglichkeiten und Reisen und so weiter. Das habe ich mich dann schon gefragt, ja wo kommt denn das her? Ich glaube, das ist einer der Punkte und ich glaube, ganz wichtig ist aber, dass ein, natürlich gerade auch diese Gewalterfahrung und zum Beispiel in vielen Interviews, davon war ich ja auch überrascht, die ich für das Buch geführt habe, kam ja plötzlich dieses Thema Gewalt so massiv an. Und es ist auch jetzt bei den Lesungen so, dass so viele Menschen oder bei den Zuschriften sagen, sie haben das Gefühl, ich habe ihre Geschichte aufgeschrieben. Und sie finden sich da so drin wieder. Das ist etwas, was eben sehr lange nachwirkt, solche Erfahrungen und wofür man wirklich auch vielleicht ein bisschen eine Sicherheit braucht, sich dem zu stellen. Du wirst ja dafür angefeindet, dass du sagst, die Gewalt in den Familien in der DDR war hoch und war groß und war verbreitet und ist nie aufgearbeitet worden. Und da kam ja ganz oft noch das Argument, es gibt ja in der Bundesrepublik in den Westen gab es ja genauso viele gewalttätige Familien, das ist ja kein Einzelfall, aber du sagst trotzdem, es war was anderes im Osten. Warum, was glaubst du, was ist der Grund dafür? Also das Tabu ist größer und das hat was mit der Diktaturgeschichte zu tun, dass man natürlich in einer Diktatur gar nicht frei darüber reden kann, dass das auch immer ideologisch besetzt ist. Es ist grundsätzlich immer ein Tabu, auch in jeder Gesellschaft und es lohnt sich in jeder Gesellschaft darüber zu sprechen. Was vielleicht die Anfeindung ausmacht, ist, also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass ich sage, also ob man an dem Buch ablesen kann, dass ich sagen würde, das ist mehr oder so. Ich glaube schon, man kann das ganz gut begründen, warum eben gerade Tabuszonen das auch begünstigen und auch gesellschaftliche Umstände. Aber es gibt dazu ja keine offiziellen Zahlen, das hat auch was mit der Diktaturgeschichte zu tun. Und ich glaube, was der Unterschied ist zum Beispiel zu westdeutschen Autoren, die darüber schreiben, ist, dass man bei denen, bei den Büchern nie sagt, ja, aber so ist doch nicht die ganze Gesellschaft. Sondern dass sich bei Ostautoren immer sofort die Frage gestellt wird, ja, ist so die gesamte DDR? Nein, natürlich nicht. Also nicht jede Familie ist so gewalttätig. Das ist ja gar keine Frage. Trotzdem lohnt es sich, glaube ich, oder ist auch dieser Protest dagegen oder dieser Widerspruch eigentlich auch ein Anzeichen dafür, dass man da, wenn man sich so sehr wehren muss dagegen, dass man da was getroffen hat. So werte ich das zumindest. Ja, also was ich auch, ich habe eine Moderation gemacht. Jetzt hilft mir Dirk Schulz. Wir waren noch Brüder. Daniel Schulz. Daniel Schulz. Ja. Daniel Schulz, der wunderbare Daniel Schulz. Wir waren noch Brüder. Das war auch ein Buch, was ich sehr mochte. Ich glaube, ihr seid ungefähr in einem Alter. Nee, Daniel ist ein bisschen älter. Ist er älter? Nee, Daniel ist älter als ich. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber Grüße gehen raus. Ja, aber Grüße gehen raus, wieso? Er sah so wahnsinnig jung aus, weil er so charmant war. Vielleicht ist es das. Aber der hat auch ein sehr beeindruckendes Buch geschrieben und ich habe ihn mal moderiert auf einer Veranstaltung. Da geht es ja darum, dass er erzählt, dass auch kurz nach der Wende als Kind, die sind dann umgezogen und er hatte dann damals dieses Problem mit diesen ganzen Nazis und er hat sich dann mit einem Nazi angefreundet, weil er Angst hatte. Also weil er dachte, wenn der mit ihm befreundet ist, dann kriegt er keins auf die Maulung. Und das erzählt er als so ein tolles Buch, so eine Coming of Age, ich hasse dieses Wort, aber das steht immer, stand auf diesem Buch auch, glaube ich, drauf, dieses Erwachsenwerden in dieser Nachwendezeit als Junge in der Provinz und auch mit diesen Geschichten, wie sie nach Berlin gefahren sind, das ist mir damals sehr im Kopf geblieben. Ich mochte das sehr. Aber es ist ja auch, der sagt ja auch ganz klar, es gab diese Nazis immer und es gab die von Anfang an und er erzählt auch diese Geschichte, da war er, glaube ich, zehn oder zwölf oder so, als es so passiert ist, diese Geschichte. Du sagst das auch, es gab aber nie eine richtige Aufarbeitung, sagt ihr beide. Was nicht sein durfte, fand nicht statt, also wurde nicht besprochen. Du hast in diesem Buch auch so eine Szene erzählt, dass du die Leute an den Schnürbändern unterschieden hast. Ich glaube, das kann jeder, der im Osten aufgewachsen ist, bestätigen, dass man sozusagen ganz früh weiß, was sind hier die gefährlichen und was sind die ungefährlichen Springerstiefel. Also weiße Schnürsenkel in schwarzen Springerstiefeln bedeuteten eben auf jeden Fall Nazis. Und das musste man wissen. Man musste auch wissen, wo man lang geht, mit wie man sich trifft oder lieber nicht. Und all diese Dinge, noch wichtiger war es natürlich für Menschen, die einen sichtbaren Migrationshintergrund hatten. Das war schon, das ist aber auch vielleicht etwas, was man auch erst im Nachhinein versteht, diese Selbstverständlichkeit dessen. Wenn man so ja erst mal aufwächst, es ist ja eine Normalität, in der man aufwächst. Und zu dieser Normalität gehörte auch dazu, dass das geleugnet wurde. Also sowohl von politischer Seite, viele erinnern sich vielleicht noch an diesen Ausspruch von Kurt Biedenkopf, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Die hat 2000 gesagt, glaube ich. Genau. Und dann nochmal später wiederholt. Das war auch die politische Stimmung. Man hat gedacht immer so, ach, das wächst sich raus. Wenn die alle erst mal eine Lehrstelle haben, dann werden die schon alle wieder vernünftig. Aber natürlich auch in der Welt der direkten Ansprechpartner, also der Eltern, der Lehrer und so weiter. Also wir haben das ja im letzten Jahr gesehen, dass jetzt auch mal Lehrer gesagt haben, in Brandenburg an der Schule, wir haben hier ein Problem mit Rechtsextremismus. Wäre undenkbar gewesen in der Zeit. Da wurde immer so getan, naja, die kommen alle aus dem Westen und es wird hier irgendwie angestachelt. Es gibt immer so zwei Varianten, das sagt Daniel ja auch immer. Entweder man sagt, das sind alles nicht unsere Jungs oder naja, das sind doch unsere Jungs. Also sozusagen die Varianten gibt es. Und das ist natürlich eine Lebenswirklichkeit, wenn man immer wieder merkt, die Menschen, auf die es jetzt ankäme, die leugnen das so weg oder die kümmern sich dann dementsprechend auch nicht darum, dann hat das natürlich einerseits Konsequenzen, man muss damit umgehen, andererseits schlägt das natürlich auch viele in die Flucht, so wie es mich auch in die Flucht geschlagen hat. Du warst in Wismar, hast auch da Abitur gemacht, hast dann aber in Berlin studiert. Du bist relativ, also sobald es ging, bist du eigentlich weggekommen. Ja, ich hatte die Wohnung in Berlin sogar schon dann vorher mir besorgt, weil ich unbedingt sofort weg wollte. Wenn du heute nach Wismar fährst, fährst du überhaupt noch nach Wismar? Oder kannst du gar nicht mehr hin? Kannst du nicht mehr hin? Du bist jetzt mit den Lesungen aber ja auch viel in ostdeutschen Provinzen unterwegs. Das eine ist Wismar, vielleicht auch noch die private Geschichte, aber diese ostdeutschen Provinzen sind ja ähnlich. Das ist gemeint, gar nicht als Klischee. Ich habe lange in Niedersachsen in einer Provinz gewohnt, das ist ja nicht so ein Riesenunterschied. Das stimmt. Es gibt viele Parallelen. Es sind Abgehängte und jemand, der nicht weggeht, aus welchen Gründen auch immer, die nächste Stadt ist 30 Kilometer weg und die einzige Fabrik hat er vielleicht geschlossen hat. Ob das in Nordrhein-Westfalen, in Hessen oder in Niedersachsen ist das selbe Problem. Warum ist es trotzdem der Unterschied im Osten oder warum empfindet man den so oder warum wird das immer wieder diskutiert? Naja, wir sehen das oft in den Wahlergebnissen. Wir sehen das auch in der Gewalt auf den Straßen. Das ist anders. Das heißt nicht, dass im Westen alles gut ist und dass es da gar kein Problem gibt. Nö. Aber es ist ein Unterschied, ob man zum Beispiel die AfD mit einer realen Machtoption wählen kann oder nur als Opposition. Ich glaube eben, also dafür gibt es ganz, ganz viele Gründe. Aber einer der Gründe ist eben schon, dass man dieses autoritäre Erbe nicht aufgearbeitet hat und dass man auch die Gewalt, ich meine auch dieser Begriff Baseballschlägerjahre, der uns jetzt so selbstverständlich über die Lippen kommt, der ist erst ein paar Jahre alt. Also dass man da gar nicht drüber gesprochen hat und das setzt sich eben, ich meine deswegen plädieren wir alle für eine gewaltfreie Erziehung und so weiter. Dass man sagt, okay, das darf sich nicht fortsetzen. Man muss ein Ende dem setzen. Gewalt erzeugt und zweifelstall wieder Gewalt. Und ich glaube, das ist schon etwas, was deswegen diese vererbte Brutalität, das ist natürlich so ein sehr verkürztes Zitat aus so einem Interview, aber manchmal denkt man sich, oh Gott, du hast schon so viele Interviews gegeben, wieso passiert dir das jetzt? Aber gut, es ist trotzdem, stehe ich dazu, das, was ich da meine. Also die vielen Gewaltgeschichten, die auch aus der gesamtdeutschen Geschichte kommen, aus dem Zweiten Weltkrieg, die sowjetische Besatzung, also diese ganzen Schichten an immer wieder neuer Gewalt und kein Reden darüber, kein Aufarbeiten, was eben auch viel mit der Politik zu tun hat. Das sorgt dafür, dass Dinge im Unbewussten, im Ungeklärten bleiben und so vor sich hinwirken können und da eben Übles tun. Ich glaube schon, das ist ein wesentlicher Punkt. Was ich manchmal überlegt habe, ich habe mal vor ein paar Jahren Sabine Bode kennengelernt, eine Journalistin, die ja mal diese Kriegskindergeschichte geschrieben hat, auch bei Scott Cotter. Ganz tolle Frau und die hat, die hat man erzählt und das fand ich auch, ein Satz habe ich auch lange darüber nachgedacht, die sagte, man braucht immer drei, zwei oder drei Generationen, bevor man einen Systemwechsel verinnerlicht und sie sagte, das ist eben ihr Thema gewesen, also die Kriegskinder, das waren jetzt meine Eltern, waren traumatisiert, auch wenn sie vielleicht gar nicht selber den Krieg noch so erlebt haben, aber die Eltern haben es eben erlebt. Also die Großväter waren entweder gefallen oder sie waren Spätheimkehrer oder man hat hinterher herausbekommen, bei den Vätern, es gab auch große Schweigen nach dem Krieg in Deutschland, wer mitgemacht hat und wer nicht mitgemacht hat und was man sich so überlegt hat, die Kriegsenkel, also so meine Generation, sind im Grunde auch geprägt gewesen von diesen schweigsamen Eltern, die aber immer sagten, du musst, ihr habt es jetzt so gut und immer Leistung und nicht abhängig und immer selbstständig und so. Also das war dann so eine Leistungsgesellschaft, die dann in diesen Kriegsenkeln herrschte und jetzt die Nachkommenden sind vielleicht die Ersten, die diese Kriegstraumata irgendwie nicht mehr so richtig mit durchs Leben schleppen oder so. Die haben dann ihre Großeltern kaum noch gekannt und die Eltern sind dann nicht mehr, also als Kriegsenkel nicht mehr ganz so in dieser Bahn. Es wäre jetzt aber fast so weit nach den Jahren der Wende, dass es jetzt diese Generation ist. Warum hat man das Gefühl, es passiert nichts? Warum gibt es da immer noch diese, mir erscheint es so, dass diese Differenzen immer größer werden zwischen Ost und West und warum ist da kein Ende abzusehen in diesem Unverständnis? so in dieser kleinen Möglichkeit haben? Ich glaube, weil man, also, du hast ja vorhin gesagt, es gibt jetzt diese Bücher, es gibt da so einen Anfang. Vielleicht ist das auch ein Beginn einer Debatte, aber ich glaube, man muss sie führen. Es gibt halt zum Beispiel, gab ja in Westdeutschland schon, also dieses Schweigen, das erzählen mir auch die Leute, wenn ich in Westdeutschland bin, ah, da können sie total gut dran anknüpfen. Das ist was, was sie kennen aus den Familien und darüber auch vielleicht was über den Osten verstehen. So, das ist, das finde ich ganz, ganz spannend und auch ganz berührend. Aber es gab in Westdeutschland zum Beispiel die 68er-Debatte, die sehr davon geprägt war, einerseits, es gibt zwei große Aufgaben, Aufarbeitung der Nazizeit und diese Abkehr von der autoritären Erziehung. Und auch wenn das eine kleine elitäre Gruppe war, eben aus dem studentischen Milieu, hat das doch eine Auswirkung gehabt nach und nach in die Gesellschaft und hat die Gesellschaft verändert. Und das fehlt ein Stück weit in Ostdeutschland noch. Das hat eben wieder was mit dieser Diktaturgeschichte zu tun. Das war in der DDR nicht möglich, so eine Debatte anzustoßen. Und dann haben sich eben, ist das Schweigen noch länger eingeübt, noch mehr verfestigt, auch in dieser Nachwendezeit, die ja auch eine wahnsinnig harte Zeit war. Da hatte man auch keine Zeit zu reden und sich auseinanderzusetzen. Und dann musste erst mal gucken, wie läuft es denn jetzt? Wie komme ich denn hier klar? Und das war unglaublich schwierig. Und man muss das tun, glaube ich. Also diese Konflikte, auch die Generationenkonflikte müssen ausgetragen werden. Und ich finde zum Beispiel, kürzlich hatte ich eine Begegnung auf einer Lesung, das war in Westdeutschland. Da kam eine Frau zu mir, die sagte, ja, ich bin so alt wie sie und ich komme auch aus Mecklenburg. Ich habe meiner Mutter heute geschrieben, dass ich zu dieser Lesung gehe. Und normalerweise schreibt die mir immer, ja, ja, viel Spaß. Und diesmal schickte sie mir einen ellenlangen Beipackzettel, was ich nun alles nicht glauben sollte von dieser Frau. Ohne, dass sie natürlich das Buch gelesen hatte. Die Besucher meiner Lesung, die hat dann gleich ein Buch für sie gekauft, für die Mutter. Aber da sieht man ja auch schon, also dieses Misstrauen oder diese Angst vor diesem Generationenkonflikt. So der erwachsenen Tochter immer noch glauben zu müssen, man müsste irgendwie so die eigene Interpretation oder so mitliefern und das der nicht zuzutrauen, selber zu einem Urteil zu kommen, wie auch immer das aussieht. Also diese Angst vor dem Konflikt, davor, dass vielleicht auch Fragen aufkommen könnten, der wird dann immer mal wieder deutlich. Wir reden gleich nochmal über die unterschiedlichen Reaktionen von Gästen deiner Lesungen, ob sie im ostdeutschen oder im westdeutschen Teil stattfinden, ob es da Unterschiede gibt. Ich mache mal hier aber eine flotte Überleitung, weil wir sprechen über Bücher, die Debatten auslösen. Hier kommt Ihnen nämlich meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte und hier kommt Florian Valerius. Mein Lieblingsmann bei Schlaflosen Nächten, sage ich mal einfach so, er hat nämlich schon ganz viele verschafft mit den Büchern, die er mir vorstellt. Florian, wie ist es? Hast du wieder was für mich? Ich bin mir sicher, du hast was für mich. Was hast du für mich? Oh ja, ich habe was für dich und das Buch wirst du wirklich in einer Nacht auslesen, weil du wirst es nicht aus den Händen legen können. Es ist Gentleman über Bord von Herbert Clyde Lewis bei Mare erschienen. Das Buch ist 1937 ursprünglich erschienen, wurde jetzt in den letzten Jahren wiederentdeckt, ist letztes Jahr zum ersten Mal im Deutschen erschienen und es spielt Anfang des 20. Jahrhunderts und ein amerikanischer Geschäftsmann hat so eine mentale Krise, fährt auf einem Ozeandampfer, um wieder zu gesunden, rutscht auf einem Ölfleck aus und fällt ins Meer. Und dann verbringen wir mit diesem gut situierten, voller Kontenanz und klasse Gentleman die nächsten Stunden im Wasser, während er hofft und bangt, dass dieses Schiff wieder zurückkommt, um ihn zu retten. Und das ist teilweise so skurril und witzig, ein bisschen böse, aber trotzdem so voller Empathie, weil wir so alle Stadien dieses Mannes miterleben. Parallel dazu erfahren wir noch ganz viel über die Menschen, die sich auf dem Schiff befinden. Das Ganze ist mit einem ganz tollen Nachwort versehen, das das Buch einordnet, was das Ganze zu einem rundum genialen Lesevergnügen macht. Und sehr englisch. Sehr englisch. Wunderbar. Und auch aus dem Nachlass. Ich freue mich, sowas mag ich ja, wie du weißt. Gentleman über Bord bei Mare von? Herbert Clyde Lewis. Herbert Clyde Lewis. Ich danke dir, Florian. Ich werde berichten und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Ich mich auch. Liebe Grüße nach Trier. Tschüss. Tschüss. Gibt es große Unterschiede, ob du in der ostdeutschen Provinz oder in der westdeutschen Provinz liest? Ja, es gibt Unterschiede. Also insgesamt gibt es Unterschiede von der Größe der Orte. Also gerade in Ostdeutschland, umso kleiner der Ort, umso mehr kennen sich ja die Leute auch. Und die sehen sich am nächsten Tag wieder an der Fleischtheke. Aber ich komme immer mit allen ins Reden. Also es geht schon so, manchmal ist es schwieriger, aber ich kriege das hin. Und das finde ich auch sehr beglückend. Es gibt natürlich, ist es den Menschen, ist diese Geschichte in Ostdeutschland viel näher oder im Zweifelsfall auch bedrohlicher für sie. Grundsätzlich sind aber natürlich Menschen, die zur Lesung kommen, Menschen, die sich austauschen wollen oder die was erfahren wollen oder die sich Dingen stellen wollen und die jetzt auch nicht so pöbelnd oder so meistens nicht daherkommen. In Westdeutschland, also es ist immer voll, egal ob im Osten oder im Westen, das ist auch ein großes Glück. In Westdeutschland sind natürlich sehr viel mehr Fragen da. Das hat sich, glaube ich, auch verändert. Also da ist häufig so die Haltung, ach, wir haben es jetzt irgendwie doch gemerkt, wir haben uns nicht so richtig interessiert und es ist eigentlich falsch. Und da gibt es viel Austausch, aber eben auch viele Gemeinsamkeiten, wie ich gerade schon sagte, die entdeckt werden in den deutschen Geschichten, weil am Ende ist es eben eine deutsche Geschichte. Die beginnt ja auch, die zieht sich über 100 Jahre. Da gibt es eben doch sehr viel mehr Parallelen, als wir vielleicht so glauben. Es sind aber natürlich auch viele Ostdeutsche nach Westdeutschland gezogen. Ich wollte es gerade sagen. Und die kommen auch zu den Lesungen und erzählen dann sehr viel darüber, auch warum sie weggegangen sind und so weiter. Es gibt immer mehr, das freut mich sehr auf den Lesungen, auch, dass das Publikum miteinander diskutiert. Weil die Menschen, die das größte Problem mit dem Buch haben, sind tatsächlich so Menschen aus der Elterngeneration der Erzählerin, wo es oft Abwehr gibt oder leugnen, dass das überhaupt möglich ist. Ich finde immer sehr lustig. Mir wird dann häufig so eine anekdotische Evidenz unterstellt und die wird dann aber immer so begründet mit Ja, ich habe alle meine Freundinnen gefragt. Da war das nicht so. Und dann gibt es jetzt aber immer häufiger auch dann jüngere LeserInnen, die dann das Buch verteidigen und sagen, nee, nee, und jetzt erzähle ich mal meine Geschichte und ich habe das und das auch im Kindergarten erlebt oder in der Krippe und so weiter. Das finde ich ganz toll, dass es dann auch zu Auseinandersetzungen untereinander kommt und so eine Art Selbstbehauptung auch. Das, was ich auch vorhin sagte mit dieser Mutter, die der Tochter einen Beipackzettel für eine Lesung gibt. Also gegen diese Art von Eltern muss man sich ja auch mal zur Wehr setzen und sagen, Entschuldigung, also es ist total okay, ihr könnt das alles sagen, aber es gibt schon auch noch eine andere Perspektive. Ja, das ist schon so. Das fand ich auch ganz, ganz spannend, diese, auch in deinem Buch, wie die Familie damit umgeht, also dieses Abstreiten. Und es gibt da eine Szene, die hat mich irgendwie auch wirklich echt mitgenommen. Stine wird irgendwann eingeladen auf einer Party, zu einer Party, die in einem Jugendwerkhof spielte. Mir sagte das nichts, ein Jugendwerkhof, das war eine Einrichtung für, also schwer erziehbare, wie nennt man das? Oder würde man... So wurde das genannt. Für Kinder, die irgendwie nicht in das System passen. Ganz häufig waren das Kinder aus gewalttätigen Familien. Ja, die da wahrscheinlich ähnlich gewalttätig, dann aber weiter... Ja, oder oft weggelaufen sind. Das war der häufigste Einweisungsgrund. Entweichungen. Ja, also auch so ein dummiges Kapitel. Jetzt habe ich auch mal eine Diskussion gelesen. Es gibt ja hier auch berüchtigt die Kindesverschickung. Damals irgendwie in den 15er, 16er Jahren. Das wird jetzt hier aufgearbeitet, wo auch da wirklich unglaublich viel Missbrauch stattfand und Gewalttätigkeit von Erziehern oder so. Es gibt es, glaube ich, also das ist menschlich, brutal wie es jetzt klingt. Das sind einfach... Menschen sind nicht immer gut. Das ist vielleicht wirklich ein Unterschied dieser Aufarbeitung. Das meine ich jetzt gar nicht als Verteidigung, aber ich habe das auch oft erlebt in dieser Großelterngeneration, wenn man dann irgendwie anfing zu fragen, was war eigentlich im Krieg und was ist eigentlich mit der Nachbarin gewesen und woran ist eigentlich der Sohn gestorben tatsächlich oder so. Es wurde immer abgestritten. Also so schlimm war es nicht. Es ist auch, glaube ich, diese Unfähigkeit, sich mit diesem eigenen auseinanderzusetzen. Und es ist ja auch sicherlich so, wenn man so traumatisiert ist, wie diese Generation war nach dem Krieg und sicherlich auch dieselbe Generation, die dann im Osten gelebt hat und die DDR mit aufgebaut hat. Das waren ja viele Traumata. Ich glaube, man hält das gar nicht aus, wenn man das zulässt, irgendwie zu sagen, wie es wirklich war oder auch in der Zeit. Also ich glaube, man musste einfach die Dinge verdrängen, um dann so ein einigermaßen normales, in Anführungsstrichen, Leben zu führen. Ich weiß gar nicht genau, das habe ich ganz oft überlegt beim Lesen deines Buches, ob das hier wirklich durch die 68er, es waren ja eben nicht alle 68er, sondern nur ein Teil, wie das hier eigentlich gewesen ist, wann diese Bereitschaft, darüber zu reden, gekommen ist. Ich glaube, da hat der Westen oder insgesamt hat Deutschland immer eine Aufgabe und man sieht das ja auch in Umfragen, dass man so zwar eine große Zustimmung hat, wenn es heißt, also etwa so drei Viertel der Leute sagen, so ist ganz wichtig, über den Nationalsozialismus zu reden und darüber was zu lernen in der Schule und zwei Drittel der gleichen Leute sagen, ja, aber meine Familie, die war eher im Widerstand oder Opfer des Nationalsozialismus und daran sieht man ja, dass ganz viele nicht in ihre Familiengeschichten geguckt haben. Der Unterschied zum Osten ist vielleicht noch so ein bisschen, dass man eben auch selbst dieses allgemeine Wissen, so wie du ja gerade sagtest, vom Jugendwerk hast du noch nie was gehört. Wo man sagen müsste, ach, das wäre eigentlich schon ein Teil der deutschen Geschichte, das wäre in Ordnung, wenn das jeder wüsste, was da passiert ist. Wenn es darüber Wissen in der Schule gar geben würde und so weiter. Aber es gibt schon auch einen Unterschied, das ist ganz wichtig, dass diese Geschichte der Heime, der Verschickung, dass das aufgeklärt wird, auch solche Geschichten wie die Odenwaldschule, das ist ganz wichtig, um auch das zu verhindern, dass sowas nochmal passiert oder damit anders umzugehen. Aber das ist ja, in der DDR war das eben eine staatliche Institution, eine ganz feste Struktur, aus der es da sozusagen gar kein Entkommen gab und das hat eine andere Systematik und deswegen ist es noch tragischer, finde ich, dass das so wenig bekannt ist. Also insofern, ja, Aufarbeitung bleibt immer ein Thema. Also das muss auch, jede Generation muss da neue Positionen für finden und selbstverständlich ist die Generation der Großeltern zum Beispiel in dem Buch, die stand vor Konflikten, vor denen stand meine Generation nicht. Das muss man ehrlich sagen. Ich lag nicht mit 17, 18 Jahren im Schützengraben und musste mir überlegen, wie überlebe ich hier? Oder auch diese Systemwechsel, die so herausfordernd ja waren und gefährlich auch für die Menschen. Da bin ich auch ganz froh drum. Aber das ist eben dann die Frage, okay, was ist jetzt unsere Aufgabe? Und ich glaube, schon eine der Aufgaben ist es dann, eben da so eine Position zu finden und daraus was zu lernen. Also man kann es einerseits nachvollziehen, dieses Schweigen und auch die Schwierigkeit, damit umzugehen. Aber das heißt nicht, dass es nicht folgenlos bleibt. Also das folgenlos bleibt. Das hat trotzdem eine Auswirkung und das wirkt trotzdem nach. Und es lohnt sich, sich anzugucken, damit bestimmte Dinge sich vielleicht ändern. Es muss sich auch was ändern, weil es für mich schon wirklich unbegreiflich ist, dass es nach all diesen Jahrzehnten immer noch diese extremen Unterschiede gibt und dass die jetzt ja gerade wieder durch die politischen Gegebenheiten wieder viel schlimmer werden. Also wenn ich mir überlege, jeder weiß noch aus meiner Generation, was er gemacht hat, als die Mauer fiel. Und da war bei mir auch diese Angst, Gott, hoffentlich passiert da jetzt nichts. Hoffentlich entsteht da jetzt. Man hätte so schief gehen können. Also es war nur so ganz wenig davon entfernt. Und diese Angst am Fernseher, wir haben da alle wirklich gesessen. Das war ja auch noch ein Tag vor meinem Geburtstag war das oder so. Und ich habe, glaube ich, da irgendwas gekocht und habe alle stehen gelassen und habe gedacht, um Himmels Willen, hoffentlich geht das gut. Und dann aber auch wirklich dieses Glücksgefühl, als es dann gut gegangen war. Und diese Euphorie dieser ersten Monate, dass man auf einmal hinfahren konnte. Und ich war nie im Osten. Wir hatten also weder Familie, außerdem war mein Vater bei der Bundeswehr. Also es ging gar nicht. Und ich weiß, dass ich das erste Mal im Osten war und ich fand das so toll. Dort gibt es alles jetzt. Überall kann man sich das jetzt angucken. Und wenn man sich das aber überlegt, was jetzt heute daraus geworden ist und wie vergrustet, wie übereinander geredet wird. Und ich verstehe es nicht. Und ich denke mir immer, nein, es ist nicht der ganze Osten. Es ist auch nicht der ganze Westen. Es ist ein Teil. Und wenn es da 30 Prozent AfD-Wähler gibt, wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass jeder AfD-Wähler tatsächlich ein Nazi ist, sondern es gibt immer nur Leute, die wollen einfach schreit oder dagegen sein. Aber auch bei 30 Prozent sind es 70, die es nicht machen. Also man muss es ja immer sagen. Und ich weiß nicht, was man tun soll, wie viel Aufarbeitung da jetzt noch auch bei der nächsten Generation noch eben stattfinden muss, damit das einfach funktionieren kann. Also wann ist denn dieses, wann geht das? Ach, wenn ich das wüsste. Also das, und wenn ich auch genau wüsste, wie es geht, dann würde ich es echt verraten. Ich glaube, das ist sehr kleinteilig und sehr vielschichtig. Es müssen verschiedene Dinge passieren, also sowohl auf politischer Ebene, auch wie Politik spricht mit den Menschen, wie man Debatten führt, wie man das anhalt, wenn man irgendwie wirklich immer glaubt, dass nur Migration das Problem für alles, sozusagen der Grund für alles ist. Wie spricht man da eigentlich über Menschen und miteinander? Wie geht man mit Gewalt um? Also ich mache mir zum Beispiel einfach gerade wahnsinnig Sorgen eben um die Leute, die da nicht so sind wie die 30, 40 Prozent AfD. Also wir reden wirklich von Orten, wo das letzte Mal auch schon 40 Prozent AfD gewählt wurde. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Und ich mache mir wirklich große Sorgen darum, dass die Gesellschaft, also auch Politik aus Berlin oder aus Westdeutschland noch nicht verstanden hat, wie gefährlich das gerade ist für die Menschen dort. Das befürchte ich auch. Aber das ist ja nochmal ein Schritt weiter. Ich bin noch ein bisschen vorher gewesen, dass ich das immer noch schräg finde, dass man sagt, das hast du gerade eben auch gesagt, ich habe eine Lesung gemacht, ich habe dich auch so gefragt, aber auch in anderen Zusammenhängen kommt das ja, ich war da und da, das ist im Osten oder es ist im Westen. Ich habe auch noch nie gesagt, Stuttgart, ich bin im Norden oder es ist im Süden. Das ist egal. Also Stuttgart ist auch anders als Kiel. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, also ich war jetzt in einer Stadt im Süden und dann bin ich im Norden gewesen. Das spielt keine Rolle. Das gibt auch große Mentalitätsunterschiede zwischen Schwaben und Norddeutschen. Es spielt keine Rolle, aber es spielt immer noch eine Rolle auch bei der jungen Generation. Und das ist das, was mich gerade so ein bisschen umtreibt, ob im Westen oder im Osten. Und ich finde, es ist heute, also jemand, der heute 90 geboren ist oder 2000 geboren ist, da denke ich, warum ist es ein Unterschied, ob ich in Görlitz geboren bin oder in Gelsenkirchen? Also das kann doch irgendwie nicht sein, dass ich da eine andere Startgeschichte eigentlich habe. Es ist immer noch so. Und das ist das, was mich so ein bisschen triggert, wo ich auch manchmal denke, wann ist das, wann hat das mal ein Ende? Ja, ich hätte das auch nicht so gedacht, dass das so ist, weil man gleichzeitig ja immer schon selbst Leuten wie mir irgendwie sagt, wie bist du denn noch eine Ostdeutsche? Ich sage ja und ich kann das auch begründen, weil meine Lebensgeschichte hätte so nicht stattfinden können in Westdeutschland. Ich habe auch ganz viel gemeinsam mit westdeutschen Menschen meiner Generation. Aber es gibt da eben auch Unterschiede. Deswegen kann man das ganz gut begründen. Aber klar, das ist auch, da muss man auch wirklich sagen, oh, da ist auf jeden Fall etwas nicht gelungen. Ich glaube, es hat ganz viel mit tradierten Erzählungen zu tun. Also auch zum Beispiel, jetzt, ich sehe das, wenn ich auch auf politischen Veranstaltungen bin, dass dann plötzlich diese jetzigen Neonazis, die sind ja ein bisschen jünger als ich, so aussehen wieder wie ihre Eltern und Tanten und Onkels. Eine Weile sahen die ja anders aus, da haben die sich ja nicht mehr so mit Bomberjacken und Glatzen so gekleidet. Jetzt plötzlich, wie reinszenieren sie das so aus den 90ern? Und aber in einer ganz anderen wirtschaftlichen Lage zum Beispiel. Also die Wut in den 90ern, auch die Wut, was kaputt zu machen, die Überforderung mit vielen, das darf überhaupt nicht begründen, dass Menschen dort ermordet wurden oder angegriffen. Aber trotzdem kann man zumindest eine gewisse Wut verstehen, eine gewisse Verzweiflung, die ist eigentlich gerade angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse überhaupt nicht angebracht. Es gibt eigentlich nicht das Gefühl von, hier gibt es ja gar keine Zukunft. Es gibt ja überall Zukunft. Nirgendwo kann man die besser greifen als im Moment. Und selbst dort auch das. Und da wird irgendwas reinszeniert, wo ich auch das Gefühl habe, gerade dieses Schweigen auch über die DDR und die lange Gewaltgeschichte wurde ja so ein bisschen übertüncht mit dieser großen Erzählung von wir sind die Opfer des Westens. Man hat uns hier angeschlossen, was ja völlig ahistorisch ist. Eigentlich ist es ja ein großer Verdienst der Ostdeutschen, dass sie gesagt haben, so jetzt ist hier Schluss mit diesem Regime. Auch unter den Gefahren, die das bedeutet hat, die du ja gerade nochmal beschrieben hast. Aber das wurde irgendwie so umgewandelt und ich habe das Gefühl, dass diese Erzählung der Westen als Feind, dass die ganz, ganz viel zudeckt. Das ist natürlich ganz einfach, sich nach außen zu wenden und dort den Feind zu gucken, als mal so zu gucken, was ist denn hier bei uns eigentlich los. Dass das mit ein Faktor ist, dass man auch die Kinder und die Jüngeren nicht aus der Geschichte wie entlässt. Also dass man denen auch diesen Identitätsstempel so aufdrückt, nein, ihr seid hier die Ostdeutsche und ihr habt euch auch loyal zu uns zu verhalten, denn wir haben hier ein Problem mit dem System. Und das hat ganz viel mit Schweigen und mit, ja, ich glaube schon auch mit mangelnder Aufarbeitung zu tun, mit einem Hingucken. Was ist denn hier eigentlich bei uns im Argen? Ich meine, auch in dem Buch gibt es ja Konflikte zum Beispiel. Das gibt ja die Geschichte von der Erzählerin und ihrer besten Freundin Ada, wo klar ist, die Eltern kommen aus unterschiedlichen Strömungen dieser Republik. Und diese Konflikte werden aber nicht unter den Eltern besprochen, sondern auf die Kinder übertragen. Da kann man ja auch sagen, warum habt ihr denn das eigentlich damals nicht hingekriegt, euch mal an den Tisch zu setzen und zu sagen, so jetzt, wo alles gelaufen ist, ich wollte ihm mal sagen, dass... Sagt Ada eben ganz erst viel später, dass meine Eltern konnten Leute wie deine Eltern nicht leiden. Also da sind die ja beide schon wirklich erwachsen. Das verstehen ja die Kinder auch nicht. Sie merken das irgendwie, es gibt es ja auch in der Schule und so, aber erst später oder es begleitet ja die Erzählerin auch immer das Gefühl, ja, irgendwie die können mich nicht leiden oder die kann mich nicht leiden und immer kennen mich alle und immer wissen alle irgendwas, was ihr gar nicht erzählt wird, was ihr gar nicht klar ist und später begreift sie das dann, was da los war. Aber eigentlich hätten sich diese Erwachsenen mal zusammensetzen sollen und sagen, hör mal zu, das war nicht in Ordnung oder wie können wir es lösen? Was ich auch ganz spannend finde, weil du es gerade eben gesagt hast, mit den Frauengeschichten, die du jetzt nicht so gut lesen kannst, weil sie zu dicht bei dir dran sind, das ist nochmal eine andere Geschichte, was ich aber auch fand, also ich habe wirklich eine Menge Freunde, die eben im Osten aufgewachsen sind, das ist eben meine Generation, also die waren auch schon erwachsen, als die Wende kamen oder eben jung erwachsen. Eine Mündel erwachsen, oh Gott, ich bin einfach schon so alt, waren alle schon sehr erwachsen. Und die dann auch später einige beruflich, einige habe ich beruflich kennengelernt, weil die dann auch über den Verlag dann im Osten den Zwan und so ausgebeten haben. Und bin mit vielen wirklich eng befreundet und die haben auch sehr viel drüber geredet. Wir haben auch ganz viel eigentlich immer gesprochen über diese Geschichten. Und dann, da war ja auch immer diese Geschichte, dass die Frauen, natürlich, weil die Kindergartengeschichte eine einfacher war als heute. Also man konnte eben, was im Westen nach wie vor eine Katastrophe ist, ich muss mich entscheiden, will ich Kinder oder will ich Karriere. So doof wie das ist und so sehr man sich wünscht, es wäre ein Klischee, es ist so, es gibt keine Kindergartenplätze. Das gab es auch schon vor den Flüchtlingen nicht. Also es war immer schon ein Problem. Es liegt daran, dass man nicht in der Lage ist in diesem Land Erzieher auszubilden und zwar so, dass sie auch während der Ausbildung schon davon leben können und kein Geld mitbringen müssen. Und auch an dem mangelnden Druck zum Beispiel in den Orten von den Frauen, die das auch nicht so einfordern müssen. Und was ich jetzt ganz schwierig finde, da hieß es immer, das wäre in der DDR ja alles viel einfacher gewesen und die meisten Frauen haben auch immer gearbeitet, die ich da kennengelernt habe und auch viele Mütter von Freunden, die ich heute habe. Und was ich aber jetzt schräg finde und das ist eine Geschichte, die jetzt überall schwappt und die sehe ich aber auch im Osten, das fängt aber auch im Westen an, diese Retro-Geschichte. Ich habe vergessen, wie es heißt. Es gibt ein Hashtag. Ein Hashtag bei TikTok, wo also irgendwelche Jungfrauen mit schönen Frisuren und wirklich Kittelschürzen kochen und erzählen, dass sich ihr Mann heute, keine Ahnung, Sauerbraten gewünscht hat und die machen den. Also wirklich so eine Rückkehr in diese 50er Jahre, wo ich dann denke, sag mal Leute, wozu haben wir da so viel gemacht? Und die Rolle der Jungfrauen im Osten heute, da war ich eben auch neulich mal überrascht. Ich habe einen Bericht gelesen, einen langen Bericht gelesen, wie viele junge Frauen, und damit meine ich jetzt diese Frauen zwischen 20 und 30, auch in diese rechte Szene richtig abwandern, in großen Zahlen. Was ist das? Ist das diese, in unsicheren Zeiten geht man in die alten Zeiten zurück, weil man nicht mehr nachdenken muss oder was ist es? Es ist tatsächlich etwas, was mir auch Rätsel aufwirft, weil gerade also dieses, dieses wirkliche, frauenfeindliche Programm der AfD, müsste ja eigentlich, da wundere ich mich immer, dass das gerade so in Ostdeutschland so erfolgreich ist, weil einer der wenigen so ganz so positiven ostdeutschen Klischees ist eben das von der emanzipierten Ostfrau, die stolz darauf ist, dass sie arbeitet und den Haushalt, den nennt sie nicht Care-Arbeit, den macht sie einfach so. So in diese Richtung. ich finde, ich finde, es ist ein Hinweis darauf, dass mit diesem Klischee etwas nicht stimmt. Also, dass das eben, dass eben doch zu sehr Erwerbsarbeit und Emanzipation gleichgesetzt wird. Also, dass da was ganz anderes drunter liegt. Also, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Da kommt man auch nochmal auf das Thema Gewalt zum Beispiel zu sprechen. Das ist natürlich ein Teil dieses Klischees, ist, dass Frauen sich ja eben so schnell scheiden lassen konnten, weil sie eben wirtschaftlich unabhängig waren und es deshalb auch gar kein Problem gab für diese Frauen. Das stimmt natürlich so nicht. Wir wissen alle, dass nur die wirtschaftliche Unabhängigkeit Menschen nicht aus Gewaltbeziehung löst. Das ist ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige. Und das hat man auch gesehen. Es gab in der DDR keine Frauenhäuser zum Beispiel, keine Institutionen, an die man sich wenden konnte. Und als die ersten Frauenhäuser aufgemacht haben nach der Wende, waren die sofort voll. Also, da gibt es ein Problem, da gibt es Ungeklärtes. Dann ist es natürlich auch so, dass viele Frauen weggegangen sind im Osten. Also, wir haben einen Männerüberschuss, der ist unglaublich. Und die Frauen, die da bleiben, sind natürlich auch heiß begehrt. So, und machen dann vielleicht irgendwie ganz, ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht genau sagen. Es ist ganz, ganz seltsam. Es deutet aber darauf hin, dass da irgendwas total, total ungeklärt ist. Und dass es ja vielleicht auch so eine Sehnsucht danach gibt, wie immer. Also, zumindest so ist das so ein bisschen bei den rechten Wählern kann man schon sagen. Es gibt eine Sehnsucht auch in Europa nach der guten alten Ordnung, sowas, wo Hierarchien geklärt sind, und wo Dinge nicht in Frage gestellt werden. Diese gute alte Ordnung gab es natürlich so nie. Aber das ist es vielleicht ein Stück weit. Ich glaube auch, das, was man sich darunter vorstellt. Und Selbstverantwortung ist ja immer anstrengender, als das zu machen, was einem jemand sagt. Das ist leider Gottes so. Und natürlich so diese Haltung von, ach, ich muss gar nicht arbeiten. Ich kann mich hier nur um die Familie kümmern, weil dieser Mann ist so potent. Der bringt mir das ganze Geld nach Hause. Also, ich war wirklich so fassungslos, als mir heute jemand zum Film gezeigt hat. Also, wir reden über Frauen wirklich zwischen 20 und 30. Die nächste Generation. Und gut, es gibt immer dieses Klischee, dass Frauen immer genau das Gegenteil von dem machen, was ihre Mütter machen. Also, nur um sich da abzusetzen. Also, das kenne ich aber auch. Also, es war eine Generation, ich bin da so aufgewachsen mit vielen Hausfrauen noch. Also, meine Mutter hat auch ganz spät wieder angefangen zu arbeiten. Als meine jüngste Schwester dann irgendwie schon, keine Ahnung, sechs war und dann auch nur halbe Tage und so. Das war irgendwie auch, ich glaube, wir hatten ein Schlüsselkind bei mir in der Klasse. Also, alle anderen Mütter waren zu Hause. Und unsere Generation hat komplett gesagt, um Gottes Willen, also alle einen Job, alle selbstständig, alle. Das war, das kenne ich ganz oft hier, auch aus meiner Zeit und meinen Freunden, dass man immer das Gegenteil machen wollte. Aber vielleicht liegt darin auch was Wahres, weil natürlich, das wird ja auch in dem Buch beschrieben, diese Frauen in Ostdeutschland, also die Mütter meiner Generation, die hatten ein schweres Leben in den 80er Jahren. Also, wegen des schlechten Lebensstandards, eben solche Dinge wie keine Waschmaschine, keine Einwegwindeln, so war es alles. Viel Arbeit, trotzdem die ganze Hausarbeit, Kinder schön morgens früh in die Krippe bringen, nachmittags noch anstehen nach dem Essen, und dann noch die Kohlen reinholen. Unglaublich hartes Leben. Und trotzdem wird eben mit dieser Selbstverständlichkeit, nein, das muss alles gleichzeitig gehen. Das muss alles funktionieren. Du darfst da auch, wieso, das macht uns doch nichts aus. Und vielleicht ist das schon auch eine Idee von dieser Überforderung. Also, das habe ich selber auch gemerkt, dass mich dieser Mythos der Ostfrau echt belastet hat. Ich habe ja ganz früh meine älteste Tochter bekommen, und ich war so selbstverständlich davon ausgegangen, nein, ich muss jetzt sofort wieder weiter studieren. Das mache ich, ich mache das alles, ich arbeite sofort. Und lag zehn Wochen später am Krankenhaus, weil irgendwie dann doch der Körper gestreikt hat. Und da merkte ich dann schon so, ah, okay, ja, vielleicht ist es doch, vielleicht ist es doch irgendwie was Besonderes, ein Kind zu kriegen. Und vielleicht ist es doch auch mal okay, mal kurz innezuhalten und sich auszuruhen. Und vielleicht ist das auch ein, wenn man das in den Bezug zum Osten setzen will, vielleicht ist es schon auch, ja, ein Wären, sich gegen diese Überforderung oder eine Flucht daraus und zu sagen, nee, ich mache jetzt nur eins. Vielleicht. Das Stichwort Waschmaschine hast du gerade eben genannt. Und ich hatte beim Lesen über dich in der Vorbereitung für diesen Podcast eine Sache gefunden. Da habe ich auch gedacht, Gott, so ist die Welt heute. Und irgendwie ist es das, es gefällt mir das nicht. Man darf hier denn, das ist ja auch mal so ein Sprech, den ich auch so grauen nachfinde, man darf ja nichts mehr sagen. Außerdem stehen dann irgendwie, keine Ahnung, tausende von Leuten und schreien irgendwelche Parolen, die man eigentlich heute auch nicht mehr wissen will oder hören will oder so. Sie dürfen es sagen, es ist keiner deswegen in den Knast gegangen bis jetzt. Wenn man so ein Buch schreibt, wie die Möglichkeit von Glück, was du da gemacht hast und auch wirklich so Dinge auch zum Teil wirklich hart und brutal benennst, ist es klar, dass man da auch Wind von vorne kriegt. Du trittst ja auf, du bist auch politisch engagiert. Es ist nicht so, dass du dich da hinsetzt und mehr anders, wie furchtbar alles ist, sondern du bist ja wirklich sehr aktiv und machst da ganz viel und klärst auf und hältst Vorträge und wie gesagt, bist auch politisch engagiert. Und dann kommt dann so eine Geschichte, ich nenne mal jetzt keinen Namen, ich habe jetzt erst so welche, wie ich es mache, aber ich tue es nicht. Es gibt eine Internetseite, da hat dich jemand zu seinem Lieblingsfeind erklärt und nimmt jetzt ein ganzes Buch auseinander. Auf 80 Seiten, glaube ich. Es gibt eine, es gab in den 80er Jahren eine Waschmaschine, die hatte sogar den Namen des Fabrikats genannt. Steht auch in dem Buch gar nicht, dass es keine Waschmaschine gibt, nur dass halt die da nicht vorhanden war. Genau, also es gab auch Farbfernseher ganz früh im Westen, wir hatten auch keinen. Also ich meine, das ist, aber da habe ich auch gedacht, mit diesen, mit solchen Hassgeschichten und mit solchen Sachen, die er fängt da an mit irgendwelchen Quellen und nimmt das ganze Buch auseinander und redet auch dann davon, dass du jetzt deine Lebensaufgabe wirst. Und wie kriegt man da so ein... Oh Gott, das habe ich noch gar nicht, ich habe es mir gar nicht so genau durchgegeben. Ne, muss man auch nicht. Also ich fand es wirklich, ich fand es einfach saublöd. Ich habe gedacht, der muss wirklich viel Zeit haben in seinem Leben, um sowas zu machen. Und was ich eben wirklich schwierig finde, ist dann auch diese totale Ablehnung, dieses den anderen nicht zu Wort kommen lassen und diese Leute sind heute alle beleidigt, ganz schnell und schreien ein nieder. Hast du das gelernt in diesem letzten Jahr mit den ganzen Auftritten, dass du das so abschlütteln kannst oder machst du es, indem du sagst, du liest das einfach alles gar nicht mehr? Ist es dir egal? Also es ist mir nicht egal und wenn ich darauf hingewiesen werde, dann passiert es natürlich trotzdem, dass ich es lese. Ich versuche es zu vermeiden, weil das natürlich etwas ist, was einem im Zweifelsfall, also gerade wenn es so aggressiv ist, kriegt einem das schon ins System. Auch wenn es das, was viele Frauen natürlich kennen, auch mit Androhung, sexualisierter Gewalt und so einher, geht es nicht schön. Ich versuche es zu vermeiden. Ich habe mir aber auch einen gewissen Panzer zugelegt. Also tatsächlich gab es vor kurzem eine Veranstaltung, wo auch jemand auftrat und mir den ganzen Blog damit ausgedruckt hatte. und sagte, das könnte er mir jetzt alles überreichen. Und ich sagte, nee, also brauche ich nicht. Und da war eben diese ganze Veranstaltung, die war sehr, sehr kritisch und die ganze Zeit wurde da gefeuert. Und da eben auch wieder Grüße an Alina, die sagt, wie hältst du das aus? Und da merkte ich erst, ach ja, das kommt. Und da sagte dann aber auch eben einer dieser Kritiker, ja, diese Frau ist Teflon. So, klar, natürlich ist man in solchen Momenten, braucht man das auch, so eine gute Erfindung. Ich versuche mich mit den Menschen auseinanderzusetzen und auch mit Kritik, die es ernst meinen. Und ich finde, man kann ja auch in Kritik manchmal dann sein eigenes Argument schärfen. Das versuche ich schon. Es war mir klar, dass dieses Buch, wenn es erfolgreich werden würde, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so erfolgreich wird, aber dass das auch viel Widerstand hervorruft. dass da die Gräben tief sind und das, ich meine, das ist, wenn man über Gewalt schreibt, schon allein immer so. Gerade auch, wenn Frauen darüber schreiben. Da gibt es immer Gegenwind, da muss man halt, da wusste ich vorher, das wird so kommen und ich bin dann darauf vorbereitet und wenn es mal ganz arg wird, dann, ja, dann heule ich mich bei meinen Freunden aus. Schön ist das nicht, aber ich glaube, ich habe auch in den vielen Jahren davor gelernt, Konstruktive von destruktiver Kritik zu unterscheiden. Ich könnte noch drei Stunden mit dir weitermachen. Wir haben es nicht geschafft, über das Theater zu sprechen. Du schreibst hervorragende Theaterstücke. Du schreibst Triebücher für eine meiner Lieblingsserien Warten auf den Bus. Ein Riesenformat, finde ich. Alle, die es nicht gesehen haben, bitte unbedingt. Und du schreibst auch für Serien wie in aller Freundschaft und den Weltsatz, wir haben vorher drüber gesprochen, den hast du dir ausgedacht, der schönste Satz einer Folge. Genau. So, die Milz ist gerettet. So, die Milz ist gerettet. Dieser Podcast war definitiv heute zu kurz. Die Zeit ist rum. Ich habe eine große Bewunderung für dich, wie du das in diesem so engagiert weitermachst. Ich habe auch manchmal in meinem Frust, dass sich das alles so langsam es ändert und auch dieses, ich will nicht mehr sagen, Ost und West, genauso wie ich jemals gesagt habe, Nord und Süd. Aber vielleicht erlebe ich es doch noch, dass es mal nicht mehr stattfindet. Und das wird nur gehen mit Frauen wie dir. Ich finde es super. Ich kann jedem das Buch nur empfehlen. Danke. Und ich wünsche dir ganz viel Teflon um dich rum, dass du diese Angriffe aushältst und standhaft und stabil bleibst. Vielen Dank. Dankeschön. Und dieser Podcast war dieses Mal auch ein Video-Podcast zu sehen auf dtv.de oder auf YouTube, der Audio-Podcast auf den gewohnten Kanälen. Ich verabschiede mich nochmal dank an Anne Rabe. Ich wünsche euch stabile Zeiten und bleib weiter und bis zum nächsten Mal. Dora Held trifft Ein Podcast von dtv.de Audio